Wir gehen zum Samstagsbasar. Einmal runter, vielleicht noch mal kurz einen Abstecher zum Strand. Aber ich muss auch noch dieses Gebet, also es ist nämlich schon viertel nach zwölf, also ich glaube es ist noch 45 Minuten, nicht mal, vielleicht nur eine halbe Stunde, noch 20 Minuten und das Mittagsgebiet ist lang. Das heißt, wir müssen vorher vier, ja gut, vier Suna, ne ist nicht genau wie, ist genau wie das andere Gebet, wie das Nachmittagsgebet. Also vier vorher beten, bevor wir dann vier Fars mit dem Hoja beten und dann nochmal zwei Suna hintendran. Also zum Strand lohnt sich nicht. Es wird wahrscheinlich genau richtig passen, wenn ich beim Basar bin für das Gebet. Inshallah. So. 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 Vielen Dank. 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 Hier tut es weh, hier an den Gelenken, hinten bis in die Knie. Richtig unangenehm. Vielen Dank.